willkommen zurück bei der neue folge vom grünen boss besser ein bisschen längere zeit nicht jetzt gespielt zuletzt aber jetzt wieder mal verkackt mit unserem boss deswegen mussten wir fast teilweise wieder neu erobern und so weiter okay da war man jetzt ein bisschen obert oder blau sind wir wohl haben wir noch genügend ist schon als zu für 28000 was sagt er auch 18 aber nur 1 dann stelle 12 aber wir machen die mitten stufe 1 machen wir dann weiter aber bei letzten folgen allgemein haben auch wieder die 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 eine olida hatten wir mal 8 ball und 8 ball aber mal schauen wie jetzt hier weitergeht ja das wissen wir alle fünfte mal sind jetzt gestorben glaube ich vierte oder fünfte mal jetzt glaube ich fünfte mal eher ja mal schauen wie jetzt die nächsten paar folgen dann passiert so schauen wir mal können wir nichts aber wir könnten hier hoch gehen diese drüge kreis wenn ich hier vier drücken muss das ist ja zack here we go here we go so kabelbinde und mit mir folgen komm 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 Tür schließen doch da hinten war doch eingang jetzt hier noch was holen mh nöp ich muss jetzt ausneub laufen Das war jetzt nicht. Wie war das nochmal das Spiel? Ich würde lieber mit den 4 Spielen mitnehmen. Wir haben ja ein bisschen dazugelernt. Einige Folgen, dass ich jetzt mittlerweile nicht alleine stoppen möchte. So, hopp, wieder durch. Okay, in diesem Fall könnte ich schon alleine gehen. Hey, 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 hey. Hopp. Ich kann sie selbst nehmen. Schreibe zurück. Ich muss sich leider machen. Okay, hier gibt es nichts zu holen. Die Einstellung haben sie auch wieder umgestellt. Die Arschpack, nee. Okay. Glaub ich. Und gleich direkt abkauen. Der Sound ist auch ein bisschen lauter geworden, glaube ich. Merke ich sogar. Einbrucherfolg. Das muss ich gleich mal nachschauen. Überspringen. Hammer. Mal. So. Äh. Jetzt mal eine Option nochmal rein. Ja, ja, ja. Ton. von groomern. TV, der ... TV-Lock-Sprecher ... es passt. Mal. Mach mal 15. so übernehmen und das war es in effekt tutorials will ich nicht immer anzeigen ansetzen angegriff kran anruf hilo deswegen muss ich mal gucken hilo unfreundlich okay das heißt unfreundlich das heißt wir müssen die sequenz kennen wir ja schon deswegen trefft hilo hilo gegenbereitende einsatz von ok schauen wir mal kurz mal im büro was verkaufen können er war ein gebiet von hilo ich habe für drei tage zeit ok gebiet nehmen wir an und über den tag beenden want to hear something that could be very sweet you know i do da 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 der tatenträger da 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 hot Ich gehe nach oben und schaue in. Ich sehe wer der Bewerb. Und wenn der Handover ist. Du schlaust in und schlaust. Juste so. Mhm. Ein Sek. Ich werde etwas schlau. Oh, ja. Oh, ja. Halo ging zu bereiten einen Satz davor, wir werden ihn abfangen. So. Geht da auf den Kognet. An ihm. dann nehmen wir den da noch ein und haben wir mit euch den nächsten ja den respekt habe ich ja leider nur neun schade aber mal wie weit unfreundlich haben wir zwei helfe selbst aber ich werde ich verkackst wieder mal ok Lieber es. Ja, wir sind ja. Komm zurück, Kollege. Und flüchten. Jetzt will ich kein Erfolg. Ich hoffe, es veröffentliche, dass es zufrieden wird. Gebt die Chikos an. War Erfolg. Na ja, heißt eigentlich, korrigiert mich Leute. Erfolg kann man auch sagen. Und kann man auch sagen, erfolgreich. Ich würde sie jetzt behaupten. Ja, die hat bloß nur Schrot. Ich würde lieber, dass sie das hat benutzt. Aber ich will mein PTV. Also diese Messer bleibt. Gehen wir nochmal zurück zum Büro kurz mal. Warte. Du bist hier. Warte. Ähm. Und wir starten jetzt die Mission. Ja. 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 ja wozu hier dann sportgehen denken und das auto sind wir noch nicht da oder der transporter da hinten kommt er schon das heißt wir können noch zwei mal noch machen das heißt ich muss noch einen einmal noch ein gebiet erobern dann haben wir soweit ihn runter gedrückt aber bis jetzt habe ich noch kein sich mal ein gebiet oder hat gegnerische der gangster boss von mir von mir halt besiegt außer die ziele die haupt ziele das kennen wir ja schon das machen wir wenn und wenn schon dann richtig gescheit leute das ist Ich versuche mich zu dir. wo ist der andere Kollege und da ist er schon wir schaffen das auch dort weit oh Mist verdammte die 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 We have no sign of suspects. Time to leave. Do not risk taking fire. We are packed! We're inside. Reload! Oh, verdammt! Go, go! Reload! I repeat, what is your status? Be ready, they are preparing a blitz. Reload! 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 Oh komm ich will den scheiß nicht bin mehr benutzen ey verdammt das war jetzt knapp als knapp aber naja schön wärs wenn es alles so klappen würde das können wir ja schon das heißt aber auch jetzt viel ed dicht das muss man noch machen und jetzt warten wir auf den nächsten tag da-da-da-da okay ist gestiegen das ist gegeben zum hotel aber das wichtigste überhaupt da-da-da-da-da-da-da So muss I am. so schauen wir mal was da das ist gut in greifen wir mal an aber noch bargeld juwelen und so weiter das können wir auch noch verkaufen haben wir auch wieder kohle verkaufen können ja von der ferne auch noch das ist das die 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 Da da da! Da nekse gebiet Überspring Nehmen wir den Weil ich auch so schnell wie möglich auch den Helo weghauen Oder jetzt ist mein Ziel allgemein eins von den vier Leuten wegzuhauen Am Anfang habe ich ein bisschen Ein bisschen zurückgehalten Jetzt würde ich mal ein bisschen mehr aggressiver spielen Öfff Fuss Fuss Meine Güte, das war ein herrlicher Schuss. Ich habe keine Stöhnen auf die Gesichter bekommen. Ich habe keine Angst. 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 Das ist meine Stöhne. Hörst du mich? 200 ok immer das mal an hatte zumindest sind zwei kleine gebiete ihr bist luxus güter da kommt so zehn mann würde ich schon schaffen mit ein stufe 1 sogar aber zumindest einmal jetzt ein waffenstillstand kann man so sagen okay Kill'em all, and let God give'em haircuts! Surprise, you're fuckin' fine, five bones here! You're gonna crash the party! Oh, damn it! Where am I now? überhaupt und dann boog der Los geht's! sieben soldaten haben wir verloren so schauen wir mal was da ist drogen soldaten schauen wir mal aber nur acht soldaten es lohnt sich jetzt gar nicht da geht's und das machen wir probieren wir es wir können nur verlieren ja oh verdammt crush these falls tight up, they got the momentum so am gut der Hauptmann an den hinten ist der oieieieie 5 haben wir wieder hergeholt das heißt 5 waren wir da welche anheuer habe ich 3 dann kann ich wieder einen erobern also 6 also also 267 246 haben wir denen da noch einen kahn haben wir mal was wir welche wir holen würden edelmetall 12 drogen machen wir das edelmetall 13 und schauen wir mal ob wir das jetzt wieder mal knapp schaffen oder gut gelungen schaffen dass ja 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 Oh ja ja ja, das war jetzt. Don't you quit on me! Losing players, bitches, just get fast. Here comes our castle. Last chance to fight like hell. Now get your pansy ass back in the field. All tied up. They got the momentum. Oh yeah, 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 yeah. Okay, das wird richtig knappliche Geschichte hier. So, ein Gebiet wurde gewonnen. Das war jetzt hardcore knapp gewesen. Aber diesmal haben wir auch viel rausgeholt. Diese Folge jetzt. Das heißt, wir schauen noch mal kurz in die Büro. Versteck. Dass wir alles verkaufen können. Verkaufen. Und dann sind wir wieder auf und Kohle. Und das Hauptmission, die eine zum Hotel zu schicken, das machen wir bei der nächsten Folge wieder. Und würde ich jetzt nur sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, Leute. Bis nächstes Mal. Tschüss!